Hi Leute, ich bin gerade von Edeka und ihr würdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Also das ist schon auf TikTok und auf YouTube und ich zeig's euch mal. Wir haben diesen Dirty Fashion & David gefunden und ich und meine Schwester gucken jetzt den, welchen wir ihn jetzt nehmen. Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, ihr könnt jetzt raten, was ich gekauft habe. Und es gibt drei Teile, ich werde die auch bewerten dann und dann, yay, ich bringe ja nichts in die raus. Also dann probiere ich die Getränke oder das Getränk und ja.